Guten Morgen liebe Gartl und Werkel-Fans. Eigentlich wollten wir heute einen Komposter bauen. Wir haben eine Planänderung und ich zeige euch gleich worum es geht. Kommt mit! Das hier hinter mir sind Sommerflieder, Schmetterlingsflieder. Die haben wir heute ausgekramt durch Zufall. Und werden sie da hinein setzen, ein bisschen zurück stützen und alles was bis in die Früh überlebt oder wieder austreibt bleibt. Ansonsten wird sie ausgetauscht oder kommt am Kompost. Dann starten wir an. Da haben wir schon so einen Schmetterlingsflieder. Der ist pipifein ausgeroben, hat noch die feinen Wurzeln oben. Den werden wir jetzt da hineintun. Ein bisschen zurückschneiden, gießen. Schauen wir mal. Und normalerweise sollte er nächstes Jahr wieder kommen. Und da hat er genug Platz, da hat er genug Licht. Und so werden wir jetzt die Lücken, die im Zaun sind, mit den großen Schmetterlingsfliedern auffüllen. Dann haben wir schon mal einen Teil von der blühenden Hecke. Man schwebt so eine Mischmaschhecke vor. So ein bisschen natürlich, ein bisschen leicht gepflegt, chaotisch, irgend sowas. Das ist immer so ein bisschen ein Wagnis. Im Herbst einsetzen. Der Winter ist relativ rau und streng da herinnen. Es geht ständig, hier geht der Wind, die Pflanzen weigen zum Vertrocknen. Genaueres werden wir dann im März anbrühe sehen. Da fängt die Saison ein bisschen später an da herinnen. Und jetzt starten wir. Die Erden ist relativ feinkrümelig, ein bisschen lehmig. Es sind noch Wurzelresten drinnen von den Duyen vom Nachbarn. Die haben wir so weit entfernt, so weit es gegangen ist. Die größeren Stiegel reißen wir an und hoffen wir, dass die Dinge nicht zum Austreiben anfangen. In der Zwischenzeit haben wir uns was zum Gießen geholt. Also rundherum werden wir das Erdreich noch niedertreten, damit das Ganze ein bisschen kompakter ist, dass die Pflanze einen ordentlichen Halt hat. Nicht, dass glaubt ihr, das ist ein perianischer Regentanz. Das gehört so. Ich bin ja froh, dass das keiner sieht. Da haben wir jetzt eine Gießrinne. Wenn sich die Pflanzen ein bisschen gewöhnt haben an den neuen Standort, werden wir das noch anhäufeln mit Erden, viel machen, ein bisschen am Gießrand lassen. Dann wird das Ganze gemulcht. Das Heu dazu. Das ist unsere hohe Wiesen gewesen. Die haben wir abgesetzt. Das Heu dazu trocknet schon an der Sonne. Das wird schon langsam. Mit dem kann man super rundherum mulchen. Das ist ein Schutz für die Pflanzen im Winter. Aber auch ein Paradies für die Wildmose. Schauen wir mal, wer stärker ist. Und da ich euch nicht zehnmal das Gleiche zeigen, wie jetzt ein Pflanzen-Einkram ist ein Pflanzen-Einkram. Pflanzenbereich, groß Knur machen, Tiefknur, Erden rein, eine gescheite Pflanzen rein, dann kann ich mich ordentlich andrucken am Rand, einen Gießrand losen, eventuell mulchen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ein bisschen zurückschneiden werden wir es dann noch. Auf alle Fälle, wenn euch das Video gefallen hat, wir würden uns über einen Like, über einen Daumen nach oben freuen oder über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.